Video-Demo der Tutemo AG Use Case 7 Data Loss Prevention DLP Victor ist ein Administrator. Er soll eine Regel definieren, die verhindert, dass nutzersensible Inhalte in E-Mail-Anhängen versenden können. Wir zeigen jetzt, was Victor tun kann, um solche Inhalte aufzuspüren und welche Optionen er hat, den Abfluss von Daten zu verhindern. Die in Tutemo Mail voreingestellte Standardaktion gegen Datenverlust ist Verschlüsselung. Daher wird im Menüpunkt Encryption Filters festgelegt, was sensible Inhalte sind. In diesem Menü kann Victor zwischen drei Filterarten wählen. Subject Filter scannen den Begriff der E-Mail, Header Filter die MIME-Header und Content Filter den Text und die Anhänge von E-Mails. Um alle E-Mails zu verschlüsseln, die eine Sozialversicherungsnummer im Text oder Anhang einer E-Mail enthalten, können wir einfach einen regulären Ausdruck zum Content Filter hinzufügen. Andere Aktionen gegen Datenverlust können mithilfe des komfortablen Tutemo Mail Rule Designer festgelegt werden. Der Rule Designer ist ein webbasiertes Tool mit einer benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche, die auf Ajax basiert. Wir definieren jetzt eine Regel, die alle E-Mails mit Sozialversicherungsnummer im Anhang oder Nachrichtentext in eine Queue verschiebt. Dazu öffnen wir die derzeit gültige Regel. Wie bereits erwähnt ist die Standardaktion Verschlüsselung. Deswegen müssen wir die Regel finden, die die Verschlüsselung veranlasst und diese anpassen. Damit die Änderungen gültig werden, müssen wir die geänderte Regel anwenden. Schauen wir jetzt, was passiert, wenn Alice dieses Dokument mit Sozialversicherungsnummer an Bob schickt. Tutemo Mail kann so konfiguriert werden, dass das System solche E-Mails einfach blockiert, den Manager des E-Mail-Senders benachrichtigt oder aber die E-Mail automatisch verschlüsselt. In unserem Fall wird die E-Mail in eine Queue auf Tutemo Mail verschoben und eine entsprechende Benachrichtigung an Alice geschickt. Sie kann nun entscheiden, ob sie die E-Mail trotzdem senden möchte. Dazu klickt sie in der Benachrichtigung auf Send. In diesem Fall wird die E-Mail automatisch von Tutemo Mail verschlüsselt, und zwar mit der Verschlüsselungsmethode, die Bob für den Empfang seiner E-Mails gewählt hat. Use Case 7 Content Protection Werfen wir einen Blick darauf, welche Optionen zum Schutz des Inhalts in Tutemo Mail zur Verfügung stehen. Tutemo Mail bietet auch Inhaltsschutz basierend auf Rights Management des PDF-Formats. Die Konfiguration erfolgt mit dem Tutemo Mail Rule Designer. Wir demonstrieren jetzt die verschiedenen Optionen am Beispiel der Pushed-PDF-Verschlüsselung. Folgende Rights Management Optionen sind verfügbar. Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Menüleiste. Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Werkzeugleiste. Erlauben oder Verbieten der Druckfunktion. Das Kopieren oder Extrahieren von Text und Grafiken aus dem PDF erlauben oder verbieten. Inhaltsänderungen erlauben oder verbieten. Das Einfügen, Drehen oder Löschen von Seiten erlauben oder verbieten. Und die Erstellung von Navigationselementen wie Bookmarks oder Vorschaubildern erlauben oder verbieten.